Ich bin der Dude, also das ist, was du mich nennen willst, das oder seine Dudeness oder Duder. Yo, yo, howdy ho, herzlich willkommen zu unserem frisch gezapften Presse- und Medienpodcast mit den vier Podcastern vom Dienst Beef Rogers im Beef Hole. Hallöchen. Dem lieben Polo-Ferrari wieder frisch genesen, herzlich willkommen. Guten Abend. Und immer noch, Jut Drup, die Ausgeburt der Fröhlichkeit und des Frohsins, Sammer. Moje. Meine Wenigkeit, Ben Cartwright. Und wir haben gedacht, zum Einstieg in diese nächste Runde trinken wir einfach ein bisschen Bier. Und weil meine lieben Kollegen große, große Flaschen und viele Flaschen mitgebracht haben, greife ich kurz hinter mich und kann mein kleines Mitbringsel aus Wien gerade mal in die Runde schmeißen. Ich habe das letzte Wochenende in Wien verbracht. Wer war schon mal in Wien? Erzählt mal einen Schlag über Wien. Also über Wien kann ich leider überhaupt nichts beitragen. Da war ich vielleicht mal als Kind, aber schon so lange nicht mehr, dass ich da jetzt nichts mehr zu sagen kann. Aber ich möchte nicht verschweigen unseren Hörern, dass der liebe Ben Cartwright Geburtstag hatte, die Tage. Und das bedeutet natürlich, dass man Geschenke kriegt. Und da muss ich jetzt hier gerade mal eine Kleinigkeit überreichen hier im Podcast. Oh, das habe ich ja. Ich wollte eigentlich euch was hier sogar eingepackt. Oh, Mensch, eingepackt. Ein Präsenz. Mein Güte, das ist richtig schwer. Das ist ja unbelievable. Oh Gott, produziert der Jim Knopf jetzt auch schon Dosen? Nee, der Jim Knopf hat damit nichts zu tun. Sammer, vielen Dank. Rot-Weißes, gestreiftes Papier. Wie könnte es anders sein? Toll. Also damit habe ich nun wirklich nicht gerechnet. Und sogar eine Karte. Ist das geil. Eine Karte aus meinen dicken Jahren. Drei Kindsnack, also ganz so viel nicht. Aber der Herr Sammer und ich, hervorragend. Ist das geil. Ich lese mal kurz die Karte vor. Hey Ben, alles Gute zum 25. Geburtstag. Oh ja, woher wusstest du das? Bleib locker und lustig und vor allem gesund. Daher auch das Geschenk. Hau rein, vor allem voll in die Presse. Lieber Gruß Sammer. Und das ist ein Kombination Smoke und Carbon Monoxide. Wenn wir wieder in meinem Wunsch immer grillen. Ein Kohlenmonoxid-Warngerät für den Fall, dass wir mal wieder bei dir im Garten grillen. Das ist geil. Dachte ich, das ist ein ganz passendes Geschenk. Ich habe es auch extra. Ich habe extra noch dazu, wenn du es aufmachst, dann siehst du es. Ich habe extra noch dazu Magnetbefestigungen besorgt, damit du das Ding immer überall hin mitnehmen kannst. Auch wenn du im Garten grillst und wirklich sicher sein kannst. Das kann man einfach irgendwo daran festmagnetisieren. Ja, du machst, das sind so Scheiben. Die eine klebst du an die Decke fest, die andere klebst du an den Rauchmelder fest. Und dann machst du es an die Decke. Boah, alter Schwede. Und du kannst es da natürlich abmachen, das sind ja nur Magnete. Und dann kannst du es wirklich, dann können wir auch beim Hank Frank im Garten mal wieder grillen. Im Sommer können wir es mitnehmen, zwischen uns legen. Dann seid ihr voll sicher auch der Polo. Weil du, der Polo, ihr seid ja da. Ich habe gedacht, der Typ ist gestorben. Ich wusste, dass er polnischen macht. Der Polo, der war so voll. An dem Abend hat der so eine Scheiße gelabert auch. Der war auch vergiftet. Mildernde Umstände. Also ganz, ganz lieben Dank. Danke, dafür kann ich nur ein paar kleine Fläschchen Bier aus Österreich kredenzen. Wir waren nur mit Handgepäck unterwegs, deswegen mussten es die kleinen Flaschen aus der Lounge sein. Wieselburger Bier, Gold. Vielleicht können wir das als Erste runden. Das ist, glaube ich, bekannter Gösser Merzen. Ich glaube, Gösser ist hier auch bekannt. 100% österreichische Stoffe, Rohstoffe. Das sind doch mehr als 100 Milliliter. Wie hast du das durchgeschmuggelt? Naja, du kannst es ja, wenn du einmal durch die Kontrolle bist. Ach so. Deswegen. In Duty Free gekauft. Ja, so fast ja. Geklaut. Nicht geklaut, aber am Buffet mitgenommen. Meine bessere Hälfte hat ja Zugang zu bestimmten Quellen und die hat dann für den Podcast, alles für den Podcast. Completely free gekauft. Also dafür, dass sie Quellen hat, ist es wiederum relativ spärlich. Ja, die muss ja da hingehen und das auch noch schleppen. Die haben doch einen bestimmten Kasten, oder? Ja gut, aber ich wusste ja nicht, dass ich hier so reich beschenkt werde. Deswegen steht der Kasten noch zu Hause. Das riecht gut. Sag mal, das ist wirklich, das rührt mich fast zu Tränen. Das Ding ist geil. Das packen wir mal auf die Shownotes und das ist sehr, sehr groß. Also das kann wahrscheinlich auch ordentlich was. Ja, da gehe ich fest von aus. Also da solltest du und deine Familie safe sein und wie gesagt immer mobil einfach einstecken und sicher im Garten gründen. Ich bin ja jetzt immer der Typ mit diesem Rauchmelder am Kopf. Klebt das ja irgendwo an was Metallisches. Ich habe ja so einen metallischen Stirn, so Forehead. Also gerade beim Campen, ne? Ja. Auf dem Campingklo. Und was auch geil ist, übrigens an den österreichischen Bios, man kann sie aufdrehen. Das habe ich gerade wieder vergessen, ganz kurz und wollte hier mit dem Werkzeug ran. Aber das finde ich sehr geil, so Drehverschluss. Ich weiß nicht, warum wir das nicht haben. Ja, vielleicht so ein bisschen, um aufs Thema zu kommen. Ich halte diese Folge was Szeneastisches, weil wir ja teilweise auch, ich glaube jeder von uns hier Filme mag. Wir müssen mal schauen. Vielleicht können wir auch noch unseren Filmexperten dazuschalten, wenn er nicht gerade wieder einen wegschnupft. Aber bitte nicht verraten, Bief, weil ich fürchte, du weißt es sofort. Ich habe ein paar Zitate, ein paar Original-Quotes mitgebracht aus einem Film, den ich sehr verehre, der dieser Tage 25 Jahre alt geworden ist. Und das zeigt mir, dass ich den Film ja schon bei meiner Geburt geguckt haben muss. Das ist ja Wahnsinn. Der ist total hängen geblieben. Also ich liebe das Teil. Und ihr werdet gleich ein paar Zitate hören. Aber vorher vielleicht mal so in die Runde. Die Jungs tipseln hier ganz eifrig. Womit wollt ihr denn unsere Zuhörenden begeistern? Ich habe auch was Szeneastisches dabei. Französische Sexfilme. Ist aber anders, als es sich anhört. Okay. Ich habe nur einen potenziellen Weltuntergang. Und hätte noch eventuell zu bieten dann auch gottgegebenes Recht. Gottgegebenes Recht. Kein Sexthema diesmal. Keine Kastration. Nee, gar nicht. Keine rammelnden Marder. Nee. Das ist übrigens sehr geil. Irgendwann ist Spurs. Sag mal, du hast das doch irgendwie tags später oder kurz später irgendwo rumgeschickt, dass das irgendeine Quizfrage war. Wie hieß der Beutelmarder? Der Beutelmarder, ja. Der ist echt hängen geblieben bei uns. Und hoffentlich auch bei den Hörern oder Zuhörenden. Ja, ich werde was berichten von einem Mann, der 102 Kinder hat und werde mit euch diskutieren, was das ist. Der Beutelmarder unter den Männern. Genau. Genau, genau. Na nee. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Passt ja gerade dann eher nicht. Ich habe nur mehr so an diesem Rammel. Ja, vielleicht eine Saison. Ja, eine Saison. 102 Kinder. Nicht schlecht. Blau. Die Spülmaschine ist fertig. Ja, ich mache sie leer. Oh, da kam Antwort von Hank Frank Schröder live in die Sendung. Mal schauen, was er so hat. Aber, jo. Na. Grüße in die Pimmelrunde, schreibt er. Er ist auf irgendeiner Baustelle, hat kein WLAN und kann leider nicht mitmachen. Aber gerne dann demnächst Podcast aus dem Schrader Basement. Da ist wirklich ein 70er Jahre Partykeller mit Bar drin. Ein Traum. Der macht uns immer so wuschig. Lässt mal mit dem Garten, jetzt mit seinem Partykeller. Und dann Grüße an die Pimmelrunde, beziehungsweise Beutelmarder-Anbieter. Also das ist auch bei ihm hängen geblieben. Schönen Gruß zurück. Also so, ich glaube, so wurden wir noch nicht bezeichnet, oder? Wir sind die Beutelmarder-Anbieter oder was auch immer. Ich würde mir auf jeden Fall so eine Herrenhandtasche aus Beutelmarder-Pelz bestellen. Oder Hoden. Hodenhaut. Beutelmarder-Hoden, genau. Badekappe oder was? Mütze, Glatze, Mütze, Glatze. Okay, wir sind das niveaumäßig wieder genau richtig eingegangen. Kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Ich weiß nicht. Also ich bin richtig wuschig. Habt ihr Bock, erst so ein bisschen cineastischen Einstieg zu machen? Und ich hätte da so ein bisschen was vorbereitet, hab mir heute den Film extra nochmal angeguckt, die besten Szenen mitgeschrieben, dann original eingesprochen. Und könnte sie euch jetzt sozusagen in einer live eingesprochenen Variante mal zeigen. Ich versuche es als Quiz und dann ist es wahrscheinlich relativ schnell klar. Aber dieser Film hat so viele geile Quotes hervorgebracht. Aber ich mach trotzdem, ich hab nur sechs Stück, ja. Aber ich mach trotzdem mal einen zum Einstieg, wo man noch nicht sofort weiß, wenn man den Film nicht kennt, um welchen Film es geht. Und das ist dieser hier. Let me tell you something, Pandejo. You pull in here your crazy shit with us, you flash a piece out on the lanes. I'll stick it away from you and stick it up your ass and pull the fucking trigger till it goes. Click. Jesus. You said it, man. Nobody fucks with the Jesus. Hm. 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 Aber ich weiß ja, dass du so ein riesen Pulp-Fiction-Fan bist, aber das ist ja wahrscheinlich schon älter. Pulp-Fiction dürfte ungefähr dieselbe Liga sein, sogar noch ein paar Tage älter vermutlich. Ja. Aber nobody fucks with the Jesus. Ja, ich überlege gerade. Wie heißt dieser englische Komödiant? Ja, sonst hau uns noch eins um die Ohren. Ja, ähm. Okay, dann gibt's noch eine Szene, die gefällt euch mit Sicherheit sehr gut. Und die geht auch so ein bisschen in die Richtung französische Sex-Filme vom Rollo. I'll suck your cock for a thousand dollars. Wonderful woman. We're all very fond of her, very free-spirited. Brant can't watch though. Or he has to be a hundred. That's marvelous. Also ich glaube, wenn die beiden Szenen, wenn ich den Film gesehen hätte, würde ich mich da an sowas erinnern. Okay, die Dame, die das gesagt hat, hieß Bunny. Und die steht auch im Mittelpunkt von dem Film. Ja, diese Bunny. Das kenn ich doch. Ja, pass auf. Und dann geb ich euch... Nee, Honey Bunny ist auch wieder Pulp Fiction. Aber spät... Ich mach noch einen. Ich mach noch einen. Da flippt jemand aus. Das ist auch ein beliebter Protagonist. Immer noch nicht. Also es ist ein Streit beim Bowling. Der Walter. Der Walter, genau. Der Walter, das ist doch da. 25 Jahre ist er schon alt. Ja. Pass auf, ich geb euch die Szene, wo es jeder erkennt. Where's the money, Lebowski? Pick Lebowski. Where's the money, Lebowski? Okay. Here's the fucking money, shithead! It's down there somewhere. Let me take another look. Das ist die Klo-Szene, ne? Das ist die Klo-Szene. Damit geht alles los. Der Dude hat sich gerade einen White Russian gemixt. Und kommt nach Hause oder will sich einmixen. Und wird überfallen von, wie er sagt, von einem Chinaman, der auf seinen Teppich pinkelt. Und dann der andere Typ, der ertränkt ihn die ganze Zeit da in der Kloschüssel. Das haben wir gerade gehört. Es geht um Geld, was weg ist, was angeblich die Bunny jemandem schulden soll. Und das ist eine Verwechslung. Denn das Geld, Bunny ist die Frau von dem Big Lebowski. Aber er ist ja gar nicht der Lebowski, sondern... Ich bin der Dude. Ja. So that's what you call me, you know? That or his Dudeness or Duder or, you know, El Duderino, if you're not into the whole brevity thing. Ja, der Dude, der Dude. Und das ist einfach total geil, weil um den Dude und diesen Film ist natürlich nicht nur ein Kultstatus entstanden, sondern da sind ja ganze, da sind ja ganz Religionen fast. Der Dudaismus ist da zum Beispiel auch ein Takeaway aus dem Film. Und da geht es letzten Endes darum, dass man einfach das Leben locker sieht, dass man nicht alles so seriös nimmt. Ich habe hier auch einen Artikel, den will ich jetzt euch mal ersparen. Die zehn Gebote des Dudaismus und so, das verlinken wir einfach. Aber dass man halt alles einfach, tranquilo und ja, lieber noch... In jeder Situation trinkt der White Russian, wo es geht, und schiebt sich irgendein Joint rein und so weiter. Und stolpert dann in diesem Film wirklich von einer Katastrophe zur nächsten. Aber ja, sehr charmant und ich weiß nicht, also diesen Film, den liebe ich einfach, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es ist auch neben dem White Russian etwas weiteres, was man festgestellt hat, dass es in dem Film sehr häufig das Wort fucking gibt. Nämlich genau 260 Mal. Also genau dein Film. Genau mein Film. Also das fällt wirklich auf, wenn du auf Englisch guckst, die sagen fucking, fucking. Und der Jeff Bridges, der hat mir irgendwann gesagt, das steht alles genau so im Drehbuch. Da war fast gar nichts. Also die Cone Brothers, die haben den gedreht. Das war genau so gewollt mit dem ganzen fucking, fucking. 117 Minuten lang immer, alles ist fucking, man. Es gibt noch einen anderen Film, The Wolf of Wall Street, da kommen 506 Mal fuckings drin vor. Also das ist noch bei weitem nicht der Rekord. Aber die 260 Mal, die sind auch deswegen witzig zu wissen, weil es gibt ja auch einen sehr geilen Erzähler-Bief. Den Sam Elliott, der spielt so einen Cowboy, der da immer so in so einem schönen Dialekt dann hin und wieder mal in diesem Film auftaucht und halt die Geschichte vom Dude in Los Angeles erzählt. Und in einer Szene begegnen die sich auch in der Mitte von dem Film mal wieder in der Bowlinghalle und sprechen ganz kurz miteinander. Und das ist auch mein letztes Takeaway, weil das genau auf dieses viele fucking fuck fuck Bezug nimmt. I like your style, dude. You're just one thing, dude. What's that? You have to use so many cuss words. The fuck you talking about? Also ein super Film, den ich euch hier mit ans Herz legen möchte. Er ist 25 Jahre alt geworden und die Presse, ist ja hier voll in die Presse, zumindest in meinem Newsfeed, war recht voll davon. Und den Artikel, den ich ausgewählt habe für die Runde heute, der heißt in Sommers Lieblingsmedium NTV, The Big Lebowski wird 25. Das haben wir vom Dude gelernt. Und dann steht halt hier alles drin, was wir da aus diesem Film mitgenommen haben, den White Russian. Da muss ich auch immer an eine Szene in Dresden denken. Wir sind ja früher mal regelmäßig nach Dresden gefahren, der Sammer und ich und waren dann abends unterwegs. Und ich hatte so ein Big Lebowski T-Shirt an und da sprach mich dann auch jemand an, so eine junge Dame und sagte, ob ich nicht mal hier ins Lebow gehen wollte, ins Lebow, in der Originalsprache, die dort in Dresden gesprochen wird. Ich habe die ganze Zeit gedacht, was ist denn das Lebow? Und das ist halt das Lebowski. In Dresden gibt es eine Bar, die halt unter anderem White Russian aushändigen. Da laufen überall auf so kleinen Fernsehern Szenen aus dem Film oder auch der ganze Film eine Minibar. Wir sind dann natürlich auch da gelandet und haben White Russian getrunken im Lebow in Dresden. Also das kann ich nur empfehlen irgendwo in der Dresdner Neustadt. Und ich glaube, es gibt noch ganz viele weitere White Russian und Lebowski-Bars. Also das ist meine ultimative Lobudelei auf den Film. Ich hätte gedacht, ihr seid da mehr so drin. Aber habt ihr den alle gesehen oder habt ihr den gar nicht gesehen? Ich befürchte auch, dass der Hank Frank seine Einladung wieder zurückzieht nach unserer Null-Performance vorhin. Also wahrscheinlich will er uns jetzt dieses Jahr nicht mehr sehen. Ja, es wäre dem egal, weil der hätte genug zu erzählen darüber. Vielleicht nehmen wir das einfach nochmal auf und sprechen bei nächster Gelegenheit im Partykeller mit ihm da. Aber ich oute mich als jemand, der ihn noch nicht gesehen hat. Aber ich werde ihn nach diesem Vortrag, den wir hier hatten, werde ich ihn auf jeden Fall mir reinziehen. Ja. Also ich habe ihn gesehen, ich muss gestehen, aber es ist auch schon echt lange her. Das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Bei mir ist es auch nämlich nur einmal und... Okay, ich habe den ungefähr 20 oder 25 Mal gesehen, muss ich an der Stelle sagen. 25 fucking Mal. Ja, fucking 25 Times, man. Nein, also es ist echt... Ich finde den einfach so geil. Da sind halt diese Charaktere drin. Der Walter ist so ein stets korrekter, aber total cholerischer Ex-Vietnam-Veteran, der ständig alles mit Vietnam vergleicht. Aber wirklich alles. In jeder Szene kommt der mit Namen. Und in dieser einen Szene, das war auch der Walter, da hat einer beim Bowling nur ein klein bisschen übergetreten. Dann flippt der so aus, dass er seine Knarre rausholt und sagt, du schreibst keine acht Punkte auf. Dann gibt es noch einen Donny, den habe ich jetzt geschludert, aber der stirbt dann im Verlauf des Films an einem Herzinfarkt, als die Nihilisten sie überfallen, wo unter anderem der Bassist von den Red Hot Chili Peppers einen der Nihilisten spielt und eine Bowlingkugel in die Nüsse kriegt. Und dann werden sie ihn beerdigen und wollen seine Asche verteilen. Und Walter schüttet das dann leider gegen den Wind. Ich habe diese Szene eigentlich auch hier rausgeschnitten gehabt, aber das kann man nicht so gut tonmäßig. Auf jeden Fall steht der Lebowski dann dahinter oder der Dude und hat den ganzen Donny-Asche im Bad. Und es flippt dann halt völlig aus, weil auch Walter bei der Szene wieder dachte so, So many young men must die. Donny, you're like a new generation, like Hill 25. Und was weiß ich, vergleicht das da wieder alles mit dem Vietnamkrieg. Also, ja, guckt ihn euch an, guckt ihn euch auf Englisch an und denkt vielleicht an voll in die Presse. Gut. Ja. Ich finde, das eignet sich für eine Überleitung. Ja. Weil ihr seid ja jetzt auch schon scharf auf die sogenannten Sexfilme. Vorher habe ich aber einen bisschen anderen Einstieg mitgebracht. Und man muss dazu sagen, Franzosen sprechen ja tendenziell nicht so super Englisch. Und deswegen würde ich euch jetzt gerne nochmal einen Film kurz anteasern, den ihr vielleicht nicht an den Szenen, aber generell erkennt oder kennt. Deswegen drückt auch mal den roten Knopf. Ich weiß nicht, welchen du zuerst haben willst. Nimm den ersten. Ja, keine Ahnung, ob das... Ich habe dir doch nummeriert, von eins bis zwei. Ich sage, gib mir mal ein Stichwort. Eier oder... Eier. Okay. Hör nicht auf, die so wahnsinnig. Lass dir das nochmal durch den Kopf gehen. Knall ihn ab! Du! Ja! Ja! Voll in die Eier, das war wunderbar. Ja, also ich hätte an der Szene auch nicht, ich weiß ja jetzt, um welchen Film es geht, aber ich hätte es auch nicht erkannt, obwohl ich den Film schon ein paar Mal gesehen habe. Das ist eine klassische Nebenhandlung. Da haben sich die Herrschaften ja irgendwie auf ihrer Suche nach der letzten Nacht, irgendwie finden die sich vor so einer Schulklasse wieder und haben sich da offentlich freiwillig gemeldet versehentlich, um damit die Kleinen mal so diese Taser ausprobieren können. Elektroschocker. Elektroschocker, genau. Und ja, der Film heißt, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen, ihr wisst es eigentlich ja auch, Hangover. Ja. Nun ist es in Frankreich aber so, wie gesagt, Hangover ist ja jetzt so ein Fachbegriff aus der Trinkerszene und der Franzose kann damit nicht so viel anfangen, haben sich zumindest die Vertriebsverantwortlichen gedacht. Wie heißt denn der Film in Frankreich? Les jours après. Haha, nein, nein. Oh Scheiße, falschen Knopf gedrückt. Oh Scheiße, oh Merde. Oh Merde. Oh Merde. Würde passen, stimmt aber nicht. Der Film heißt Very Bad Trip. Very Bad Trip. Und damit nicht genug. Ich habe ja noch ein anderes Beispiel. The Other Guys habe ich jetzt nicht gesehen selber. Wie mag denn sowas auf Französisch heißen? The Other Guys? Ja. Habe ich auch nicht gesehen. Very Bad Cops. Jetzt hast du eben noch einen dritten. Und jetzt geht es nämlich mit den Sexfilmen los. Das habe ich auf Twitter gefunden von einem Menschen, der in Frankreich lebt, aber aus dem Ausland da wohl hinzugezogen ist und dem ist das aufgefallen. Es gibt aber auch im Express, also im Französischen Express einen Artikel dazu, selbstkritisch als Franzose, dass die Franzosen wohl zu einer relativ einseitigen Übersetzung der Filmtitel ausländischer Filme neigen. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Not Another Teen Movie. Very Bad Teen Movie. Ah, nee, jetzt geht es nämlich richtig los. Sex Academy. Oh. Aber warum nicht Very Bad Sex Academy? Ja, das wissen wir nicht. Oder hier so ein Tanzfilm. Step Up 2 heißt? Very Bad Dancing. Sexy Dance 2. Oder wie heißt denn hier? Sex Friends. Das ist Sex Friends. Das ist der Friends with Benefits. Genau, Friends with Benefits heißt Sex Friends. Und äh. Also die brauchen das Wort Sex eigentlich in jedem Zweifel. Sex List ist auch nicht das Original. Das ist doch irgendwie. Genau, Romantic Comedy. What's Your Number heißt der im Original. Sex List. Und damit das jetzt hier nicht zu einseitig wird, gibt es noch einen Film. Mal kurz gucken. Der nennt sich wohl Cocaine Bear. Das sagt mir jetzt nichts, aber vom. Aber geiles Cover mit einem Bären, der offensichtlich da irgendwie. Also der Cocaine Bear heißt aber in Frankreich, hier fehlt das Bild, nicht Sexy Bear, sondern. Very Bad Sexy Bear. Very Bad Bear. Falsch auch nicht. Crazy Bear. Crazy. Crazy, das ist eine Wort. Cocaine Bear, Crazy Bear. Also, sorry. Ich darf mich über schlechte Sprachkämpfung. Die spinnen die Franzosen. Sorry. Ja, witzigerweise. Ich werde euch gleich ein paar Sachen aus dem Artikel auch kredenzen. Und praktischerweise, dank Deep L, der Suchmaschine, für die ich nicht werbemäßig bezahlt werde, habe ich mir den einfach aus Faulheit auf Deutsch übersetzt, weil mein Französisch so ein bisschen eingerostet ist. Very Bad French. Very Bad French. Sex in Filmtiteln. Und tatsächlich, das fing halt so in den 90ern an mit diesen ganzen American Pie inspirierten Filmen, wo offenbar das eher jüngere Publikum so ein bisschen geködert werden sollte mit Sex irgendwas. Und das ging aber dann in den 90ern und 2000ern so ein bisschen weiter. Also hier Sex Friends, Sex mit Freunden, Friends with Benefits und Sexlist haben wir eben gesehen. Und witzigerweise ist diese Übersetzungsmasche auch so ein bisschen mitgealtert. Ja, also neben nach der Teenie-Filmphase von damals waren es dann eher so diese Filme von über irgendwelche 30-Jährigen, die irgendwie, weiß ich nicht, dann auch ein bisschen älter geworden waren. Und ja, tendenziell betrifft das ganze Thema Filme, die, ich zitiere mal hier den Artikel, die von der Kategorie her eher dazu bestimmt sind, Einspielergebnisse als Meisterwerke zu erzielen. Was ich mich frage ist, warum nehmen die denn keine französischen Titel? Dafür waren auch die Franzosen eigentlich auch immer zu haben. Irgendwie schon, aber... Also da könntest du auch das Original Englisch lassen. Naja, Sex ist ja dann universell. Ja, das stimmt, aber das ist irgendwie schon sehr platt gemacht. Friends with Benefits ist natürlich schon ein anglo-amerikanisches Wort, was man nicht vielleicht so direkt übersetzt. Freunde mit Vorteilen oder Freunde mit... Aber man kennt es einfach, also dass man kennt es aus der englischen Sprache vielleicht. Wollten sie das dann einfach runterbrechen auf sozusagen... Tja, also irgendwem ist es irgendwann mal aufgefallen und im Express stand es, wie gesagt, ich habe es auf Twitter gefunden von jemand, der dann sich dann hat hier noch von seinen Followern inspirieren lassen, was es sonst nur an so bescheuten Filmtiteln gibt. Und jemand schlug dann auch vor statt Titanic. Titanic heißt natürlich auf Französisch Very Bad Boat. Aber so gibt es einen tieferen Grund, gibt es da jetzt nicht irgendwie angeführt. Also warum das so ist... Lässt sich nicht feststellen. Ja gut, Vertriebsgründe, denke ich mal. Ja gut, der Grund liegt doch eigentlich auf der Hand. Die haben Sorge, dass die gerade die Peergroup, dass die Leute das nicht verstehen. Und dann hauen sie da einen Sex noch mit rein und verkürzen das Ganze und dann passt es. Ja, das mag ja sein, aber gut, ich bin jetzt nicht so tief drin im französischen Schulsystem, aber ist es tatsächlich auch gerade bei der Jüngeren? Also Hangover spricht jetzt ja nicht, was weiß ich, 70-Jährige erstmal prinzipiell an. Und deswegen ist meine Frage jetzt eher, ob nicht da die Jugend oder die Jüngeren nicht schon so ein bisschen mehr Englisch geprägt sind, zumindest mit solchen Begrifflichkeiten. Also ich meine jetzt, ohne das jetzt empirisch belegen zu können, dass es hier in Deutschland ganz oft die Originaltitel inzwischen beibehalten wird. Ich meine, bei Titanic ist es nicht so schwer, aber auch bei vielen anderen sind es oft ja tatsächlich die englischen Titel, die mehr oder weniger so übernommen werden. Nicht zuletzt, weil das Marketing ja auch international ausgerichtet ist. Also auch das ist ja durchaus ein Faktor. Wenn ich dann jedes Mal andere Begrifflichkeiten da verwende, verwirre ich ja vielleicht auch. Ja, interessant ist ja auch, ich würde mal behaupten, um mal beim ersten Beispiel hier von dem Prolo zu bleiben, Hangover, ich möchte mal behaupten, dass wenigstens die Hälfte der Leute, die hier in Deutschland in den Film reingegangen sind, das Wort vorher auch nicht kannten. Und trotzdem hat man es beibehalten. Also vielleicht, weiß ich nicht, traut man den Franzosen da nicht über den Weg, anderen Nationen schon. Ich könnte mir, ich weiß jetzt nicht, was es ist, aber es ist ja in Frankreich so, dass die eine stärkere Verpflichtung haben, dass die französischen Produktionen sowohl, also in der gesamten Kunst, also sowohl Musik, aber auch im Kino, dass die einen deutlich höheren Anteil einfordern. Das heißt, ein Großteil der Filme und wirklich ein großer Teil der Filme muss tatsächlich französisch sein. Bei Musik auch im Radio. Bei Musik im Radio genauso. Und ich weiß nicht, ob das jetzt hier so ein bisschen dadurch noch abgegrenzt werden soll, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich meine, die Franzosen haben auch im Gegensatz zu vielen anderen europäischen Staaten eine sehr gut funktionierende Filmindustrie. Aber ich weiß, ob es da einen Zusammenhang gibt. Das fände ich tatsächlich mal ganz spannend. Jetzt jenseits aller, ich meine, wenn man sich so an die 70er, 80er und so, gab es ja in Deutschland auch, was so Filmtitel angeht, gerade so in dem, nicht jetzt so direkt intellektuell herausfordernden Filmsegment, schon auch krude Übersetzungen irgendwie. Also bei vielen Filmen. Also in Deutschland scheint mir das, ich weiß nicht, ob das noch weiterhin so ist, aber das ist mir über die Jahre so aufgefallen, gibt es dann immer so einen Untertitel. Ja, so ein bisschen Erklärung quasi. Dass man so für Doofe nochmal. Stimmt, stimmt. Wo du es sagst, das heißt dann irgendwie Hangover, keine Ahnung, der Morgen danach oder irgendwie so. Oder auch Klassiker wie Texas für eine Handvoll Scheiße. Also wir haben ja uns sogar zugetraut, also hier in Deutschland hieß es doch auch weiterhin Laboum. Na gut, noch mit die Fete hinten dran. Genau, das meine ich doch. Laboum, die Fete, dass du auch weißt, ach, die Fete, ja, nicht irgendwie hier. Wie hieß denn der, hieß der in Frankreich nur Laboum oder kam der auch noch? Laboum heißt ja die Fete. Laboum. Auf Französisch. Ja, Laboum, la fette kam da noch was hinterher. In dem Jugendslang, den es wahrscheinlich in der Form nicht mehr gibt. Ich glaube, der hieß nur Laboum, ja. Ja, wahrscheinlich, ne? Ohne es zu wissen, würde ich es mal vermuten, ja. Ja, Laboum, die Fette. Ja. Ja, aber lustig ist das doch auch bei Büchern. Also fällt mir nun mal gerade auf bei der Diskussion. Also wenn ich hier meine, also was ich ja super gerne lese, sind ja diese Jack Reacher Krimis vom Lee Child und die lese ich gerne auf Englisch und dann musst du im Internet immer gucken, welcher Band ist jetzt dran und dann kommst du immer erstmal auf den deutschen Titel und das sind teilweise, also hat der Titel nichts mit dem Ausgangstitel zu tun. Manchmal ist er trotzdem gut, ist jetzt nicht immer total unpassend, aber es ist schon extrem unterschiedlich. Ja, da kann ich es aber noch eher verstehen als bei Filmen, weil das ganze Buch ist ja auch übersetzt. Also den Film kannst du ja auch im Original gucken, theoretisch, wenn du das als DVD oder so kaufst. Und bei dem Buch kaufst du ja nun mal die deutsche, ganz bewusst die deutsche Variante. Aber ich weiß, was du meinst. Also das ist teilweise komplett anders. Ja. Weil da könnte ich mir auch vorstellen, dass, also wie du es ja eben auch schon angedeutet ist, dass das eine oder andere, also die englische Sprache ist ja reicher an Wortspielen und auch an Vokabeln. Also es gibt einfach auch mehr Worte, die dann nochmal differenzierter was ausdrücken, was du im Deutschen dann immer mit Adjektiv oder Adverb oder so ein bisschen erklären musst quasi. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass manches schlicht und ergreifend auch nicht einfach so eins zu eins zu übersetzen ist, ohne dass es einen Sinnverlust hat. Und entweder wird dann wirklich ein ganz anderer Punkt betont aus dem Buch, dem Film, dem irgendwas. Ja, apropos Filmen, was hat es denn mit dem zweiten Sample auf sich? Das kannst du gerne noch so als Absacker ergänzen. Okay, ergänzen. Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Elektroschocker zu benutzen. Das war es nächstens her. Aus einiger Entfernung. Ja, kleiner Absacker aus derselben Szene. Und ja, den Film müsste ich eigentlich auch nochmal gucken. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Den Film, da warst du offensichtlich nicht dabei, haben wir mal tatsächlich, wir hatten es eben schon an einem meiner Geburtstage in meinem damaligen Kellerkino geguckt und man wusste, also ich wusste, dass der Film, ja, der ist ja gerade ganz gut trendet, aber wir wussten alle, glaube ich, nicht so wirklich, was uns erwartet und der war überraschend gut, der erste. Überragend. Ich erinnere mich an einen wirklich lustigen Abend. Warst du da dabei? Nee, ich überlege gerade, ich war da auch mal dabei, aber da haben wir ja dann auch einen Film geguckt, den ich mitgebracht habe und der war unfassbar scheiße. Ja, Baba Hotep. Ja, ja, das ist ja schon fast ein geflügeltes Wort. Der war unfassbar scheiße. Den haben wir schon so oft hier erwähnt, aber man muss es immer wieder, den gibt es wahrscheinlich immer noch für zwei Euro in den Ramsch. Na, also zwei Euro ist nur die Special Edition, das ist die zweite, die Worte ist. Ja, genau, die mit der Pappe, ich habe die auch gekauft, trotzdem, weil es aus nostalgischen Gründen. Den Film muss man ja schon fast empfehlen, weil er so schlecht ist, also liebe Zuhörende, wenn ihr da mal wirklich einen Film gucken wollt, der so richtig schlecht ist, wo ihr euch aber dann schon wieder totlacht, weil der so schlecht ist. Das Geile ist aber, das Geile ist wirklich, dass der Film, wahrscheinlich so der Plot, das Essay, was man am Anfang schreibt, war wirklich gut. Es war wirklich, also man muss, zumindest diesen ersten Teil, das Elvis mal irgendwann along the way mit einem Elvis-Imitator getauscht hat oder tauschen wollte für einen Tag, nur dass dann der Elvis-Imitator nicht mehr zurücktauschen wollte und sagte, ne, ich lebe jetzt den ganzen Fame, dann ist halt der Imitator an Drogen zugrunden gegangen und Elvis lebt in im Altersheim und erzählt allen, ich bin der echte Elvis. Ja, er lebt im Altersheim, er ist halt ganz alt geworden, sozusagen. Aber auch ziemlich kaputt doch irgendwie. Ja, ziemlich kaputt, aber er hat halt nicht diese Drogenkarriere genommen und lebt im Altersheim. Bis dahin eigentlich eine ziemlich clevere Geschichte. Nur warum dann diese brennenden Mumien da um die Ecke kommen, wenn man das versteht, kein Mensch. Und dann auch noch so schlecht animiert und er bekämpft dann die Mumien mit einem Gartenschlauch und was weiß ich. Ne, das ist wirklich schlecht. Also ich habe das auch, da gibt es ja eine Kurzgeschichte von, die habe ich gelesen und die fand ich also von einem meiner Lieblingsautoren, Joe R. Lansdale, kann man, wäre mal rein da wirklich ganz viele Sachen geschrieben, auch wirklich teilweise krudes Zeug, aber und die Kurzgeschichte ist auch super, weil ich die Idee und da dachte ich, Mensch, der Film kann ja eigentlich nicht schlecht sein, weil er auch das Drehbuch geschrieben hat, aber völlig vergeigt. Es ist leider so. Ja. Aber der Hauptdarsteller ist derselbe wie bei Texas Chainsaw Massacre und anderen, glaube ich. Und Tanz der Teufel. Und Tanz der Teufel. Ich glaube sogar Tanz der Teufel. Ich weiß gar nicht, aber darf ich jetzt sagen. Ich weiß gar nicht, aber ich weiß gar nicht, aber ich weiß gar nicht, aber ich weiß gar nicht. Nee, nee, genau. Ich habe das Verrückte, Tanz der Teufel heißt der, genau. Und Armee der Finsternis, das sind so diese Streifen. Also alles mit Niveau, ne? Also der muss in jede gute Bad-Taste-Sammlung, Baba Hotel, vielleicht können wir da auch mal ein Zitat mitbringen. Aber jetzt haben wir, glaube ich, genug über Kino. Oder hat noch einer Kino heute? Nee, ich habe nichts mit Kino. Damit der Hank sich so richtig insackbar ist, dass er nicht zu allem seinen Senf geben konnte. Das kommt dann im Nachgang. Nee, ich habe Angst zu Kino, da bin ich jetzt auch raus. Ja, dann versuchen wir das mal kinomäßig weiter zu spinnen. Also im Fernsehen und im Film geht ja auch regelmäßig die Welt unter. Ach so, ja, da kann ich gern was zu sagen. Ja, da bist du ja auch der Experte. Ja, sowas von. Ich habe aber erstmal, da würde ich auch euch mal eine Frage stellen zurecht. Also mal gucken, wem von euch sagt, oder wer kann was mit der Turiner Skala anfangen? Also ich will eigentlich einen Tipp geben, es ist nicht das Äquivalent zur Mailänder Skala, nur mal so für die... Also es ist kein Opernhaus? Nee, kein Opernhaus. Sagt das was? Kann da irgendjemand bitte? Dann ist das irgendein Normsystem, wahrscheinlich eine Skala, die irgendwas bewertet. Hat das was mit Mode zu tun? Mit Mode? Ja. In Turin? Ach nee, das war Mailand, ne? War auch Mailand? Ich war tatsächlich mal in Turin, aber ich kann mich jetzt nicht erinnern. Also ich sag's mal so, und da kommen wir dann relativ schnell zum Weltuntergang. Die Turiner Skala ist, da ordnet die NASA jeden neu entdeckten Asteroiden ein, auf einer Skala von 1 bis 10. Und je höher die Zahl, desto größer ist die Gefahr für die Welt oder für den Weltuntergang. Und mir wurde ja letztes Mal vorgeworfen, ich würde ja immer nur aus dem Spiegel oder aus... Süddeutsche. Aus der Süddeutschen. Jetzt hab ich mal was aus dem Kölner Stadtanzeiger. So, war was ganz anderes irgendwie. Ist jetzt zugegebenermaßen auch nicht Spiegel und Süddeutsche Niveau. Aber ist egal. Auf jeden Fall ist ein neuer Himmelskörper entdeckt worden, der den spannenden Namen 2023 DW hat. Und der beschäftigt die Raumfahrtbehörde, weil sie sagen, also er könnte, wenn es ganz schlecht läuft, im Jahr 2046, und zwar am Valentinstag, auf die Erde treffen. Und das, den beobachten sie jetzt, den haben sie tatsächlich vor kurzem erst entdeckt. Und dann muss man da schon ein bisschen prüfen und gucken. Genau, Durchmesser liegt ungefähr zwischen 37 und 82 Metern. Und Zusammenbrall mit der Erde würde jetzt, da hab ich ein bisschen übertrieben, weil Weltuntergang hört sich halt besser an, als jetzt irgendwie, naja, eine Stadt auslöschen. Also es wäre wahrscheinlich keine Apokalypse, aber es könnte auf jeden Fall eine ganze Großstadt, wenn sie getroffen wird, auch ausgelöscht werden. Also kein sogenannter Planetenkiller. Kein Planetenkiller. So als Beispiel, das wird ja auch noch mal, es werden zwei Beispiele, um das so ein bisschen einzuordnen, für alle die, die sich jetzt mit, wie soll ich sagen, Planeten, mit Asteroiden einschlägen, jetzt nicht so im Detail auskennen. Also 2013 ist in Russland ein Asteroid mit knapp 20 Meter Durchmesser eingeschlagen. Der hat da also wohl für zahlreiche Verletzte und auch zerstörte Fenster etc. gesorgt. Aber der Himmelskörper, der vermutlich vor mehr als 60 Millionen Jahren das Leben, oder das Zeitalter der Dinosaurier beendete, der hat wahrscheinlich etwa einen Durchmesser von 14 Kilometern gehabt. Also schon noch mal eine größere Nummer. Das war damals eine Apokalypse in dem Sinne, aber naja, wie dem auch sei. Und das ist eben dann, da kommt diese Turiner Skala ins Spiel. Genau, also Kategorie 10 bedeutet dann auch das Ende der Menschheit. Also das ist dann auch, das wäre dann so ein... Also nur konsequent. Darüber hinaus gibt es nichts weiter. 11 ist ja auch egal. Ist dann an sich egal, weil es ist auch keiner mehr da, der es dann noch mal irgendwie überprüfen könnte. Genau. Im Moment ist er noch, das kann euch jetzt vielleicht alle ein bisschen beruhigen, auch an den Empfängern, auf der ersten Stufe der Skala. Aber man merkt schon, der Beef, der ist so ein bisschen wie die Bild-Zeitung. Letzte Woche kommt er mit einem Kastrationspilz und wir alle haben schon so ein Ziehen in der Hose. Und dann entpuppt sich das, als irgendwas, was die Fichten da anspringt. Aber heute die Fichte, morgen der Mensch. Also das geht ratzfatz. Der Beef weiß, wie es geht. Also ich gehe nie wieder mit offener Hose durch den Wald, das ist schon mal klar. Zumindest durch den Fichten. Und auch beim Weihnachtsbaum, Vorsicht. Aber jetzt passen wir mal auf, Beef. Die entscheidende Frage ist ja jetzt noch gar nicht besprochen worden. Gibt es irgendwelche Planungen, Vorbereitungen? Sie haben ja schon geübt, so einen Asteroiden aus der Bahn zu bringen, indem sie irgendwie einen Kühlschrank großen Gegenstand gegen so ein Ding mal geschossen haben vor kurzem. Gibt es da schon irgendwelche Projekte, Abwehrmaßnahmen? Was weiß ich, warum ich einen neuen Kühlschrank gekauft habe? Ich bin vorbereitet. Okay. So ist das. Der wird also hochgeschossen. Hier ist noch nichts vorbereitet. Also die Geschauen werden den jetzt weiterhin beobachten quasi. Stand jetzt wird er mit knapp 1,8 Millionen Kilometern an der Erde vorbeirasen. Aber die Berechnungen können noch falsch sein, weil sie ihn gerade erst entdeckt haben. Das sagen sie, das müssen sie jetzt auf längeren Zeitraum berechnen, um diese Flugbahn genauer vorausberechnen zu können. Da hängen wohl ganz viele Faktoren ab. Also von auch Anziehungskräften etc. Die sind wohl, ist jetzt nicht einfach nur Dreisatz vom Rechenansatz. Okay, und 1,8 Millionen Kilometer ist offensichtlich nicht so weit, dass man sich da auf der sicheren Seite fühlen könnte. Zumal, und da wäre ich jetzt doch wieder, könnte ich eine elegante Überleitung zu Filmen machen. Ich hatte am Wochenende, hatte ich zwischendurch mal zwei Stunden Zeit und war auch darauf aus, etwas Niveauloses zu gucken. Was vermeintlich Niveauloses, das war es am Ende gar nicht. Da habe ich mir einen Film angeguckt über einen der bekannten Streaming-Kanäle. Don't look up. Nee, der hieß Love and Monsters. Und dachte ich, hört sich so schlecht an, kann auch nur schlecht sein. War tatsächlich aber ganz gut. Die Grundstory und den Weltuntergang handeln sie da in den ersten fünf Minuten ab. Da kommen nämlich auch Asteroiden auf die Erde zu und die werden dann gesprengt mit allem, was sie haben quasi. Das klappt auch. Dann aber kommen durch die verstrahlten Teile, die dann auch auf die Erde runterregnen, entwickeln sich ganz viele Monster auf der Erde aus irgendwelchen Zecken aus. Heißt ja nicht Aliens and Monsters? Nee, der heißt Love and Monsters. Es gibt so einen ähnlichen Film, der heißt die französische Version. Sex and Monsters. Genau, genau. Nee, das ist tatsächlich, also die Story ist tatsächlich, dass die Menschheit dann quasi zu 95 Prozent vernichtet wird. Wie gesagt, da sind wir immer noch im Vorspann. Sorry, nur dass ich mich direkt revidiere. Der hieß, glaube ich, Aliens and Cowboys. Den Film gibt es. Genau, den gab es mit Harrison Ford. Ja, den habe ich immer gesehen. Nee, der hier war tatsächlich mit. Nicht Cowboys and Aliens? Ja, aber um jetzt hier auch selbstreferenziert zu sein, das erinnert mich jetzt auch an die Fukushima-Schweine, die der Polo Ferrari hier mal vorgestellt hat. Das waren doch auch irgendwelche verstrahlten Viecher, die dann so agromäßig unterwegs waren. Und hier ist es tatsächlich so, da kommt das Love aus dem Titel noch irgendwie. Also die Menschheit wird zu 95 Prozent vernichtet und die restlichen Überlebenden ziehen sich in mehr oder weniger irgendwelche unterirdischen Bunker zurück und versuchen da einigermaßen durchzukommen. Und er, der Hauptdarsteller, um den es jetzt geht, ist ein Jugendlicher, in seinem Bunker sind halt nur Pärchen und alle knattern die ganze Zeit und er ist gekniffen, er darf nur kochen. Und seine Liebe, die er kurz, seine Liebe seines Lebens, die er kurz vor dem Weltuntergang kennengelernt hat, die findet er dann über Funkgerät quasi in einem Bunker sieben Tagesreisen zu Fuß entfernt. Und er ist ein ziemlicher, in Anführungsstrichen, Feigling, beziehungsweise er erstarrt, wenn Gefahr droht und bei irgendeinem Monster dann halt auch. Und dann dringt natürlich auch ein Monster in diesen unterirdischen Dings ein, er muss gerettet werden und bla und blub. Und dann macht er sich auf die Suche, um zu seiner Frau, Freundin zu kommen, die sich auch auf ihn freut, also die funken ja auch miteinander und alles und ist gut. Und er besteht dann quasi eine ganze Reihe von, also er begegnet natürlich verschiedenen Monstern, die er dann auch mehr oder weniger erfolgreich abmurkst. Und mehr will ich jetzt nicht verraten, aber er reift. Das ist quasi so eine Coming-of-Age-Geschichte, aber ziemlich gut gemacht und ziemlich witzig auch. Also hat sie es und auch gut getrickst. Also ist jetzt auch nicht irgendwie nur so ein Billigfilm. Wenn ihr mal Zeit und Lust habt, schaut mal rein. Love and Monsters. Love and Monsters. Wir hauen ja hier die Filmtipps raus. Bin ich jetzt aber selber erst gerade drauf gekommen, war überhaupt dann vorbereitet. Ich bin völlig erschüttert. Ja, aber du bist halt ein Top-Typ. Selbst unterbewusst bereitest du dich schon auf die Storys vor, die du hier so kündinzt. Und ich habe aber nicht unterbewusst, sondern bewusst ein Bierchen mitgebracht. Das würde ich jetzt mal einschenken, wenn das okay ist. Das andere aus Österreich haben wir ja. Das ist aber auch Zwickel. Das ist aus dem Fränkischen. Fränkisch? Aktienzwickel. Kellerbier aus Bayreuth. Aber das ist doch irgendwas von Flensburger. Ist das nicht Flensburger Brauerei oder was? Nö. Das sieht so aus. Guck mal, aber jetzt mal ehrlich, das sieht doch ein bisschen aus. Ich bin hier fünf Meter entfernt. Aber es ist die Bayreuther. Also Bayreuth und Flensburg liegen näher zusammen, als man denkt. Ja, aber das müssen wir mal beim Foto festhalten. Also ich finde, das hat verblüffende Ähnlichkeit aus der Ferne. So, ich lasse es mal. Poppen. Wow. Mitten ins Gesicht. Ja. Ich dachte es schon. Danke, danke. Das perlt ja hervorragend. Mensch, Beef, ich weiß überhaupt nicht, wie ich jetzt nach all diesen cineastischen Geschichten hier die Überleitung zu meinem Beitrag hinkriege. Also das ist jetzt wirklich der totale Break. Vielleicht könnte man höchstens das Stichwort von Beef aufgreifen, irgendwie Apokalypse. Und die Frage, bevor ich hier den Einstieg wähle, stellen, ob wir uns nicht eines Tages ohnehin selbst dadurch überleben, dass die Weltbevölkerung irgendwann zu groß ist, als das dieser Planet uns sozusagen tragen könnte. Aber ich fange mal an mit dem Beitrag, den ich mitgebracht habe, von einem Mann aus Uganda, der von zwölf Frauen 102 Kinder hat. Das ist in Uganda erlaubt. Also Polygamie ist dort kein Problem. Und 102 Kinder und 567 Enkelkinder. Ganz kurz, das ist jetzt aber kein ugandischer Prinz, von dem ich per E-Mail darauf aufgefordert werde, irgendwas erben zu können. Das war Samunda. Das war Samunda. Nein, das ist kein Prinz. Das ist Musa Hazaya. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Aber er gilt in seinem Bezirk als der polygamste Mann sozusagen im Ort. Hat 567 Enkelkinder auch. Und jetzt hat er ein Problem. Denn er hat zwar eine Farm, die immerhin die Größe von 56 Fußballfeldern hat, aber trotzdem wird ihm jetzt der Platz zu eng. Denn wenn man so will, wohnen die da, ich habe jetzt hier keine Bilder dabei, unter einem Dach, so wird es hier jedenfalls formuliert. Und da kann man sich schon vorstellen, dass der Raum da etwas eng wird. Und gemacht hat er das Ganze, weil er gesagt hat, Kinder bedeuten auch irgendwie wirtschaftliche Unterstützung und er kann sozusagen expandieren. Das ist sozusagen wie so eine Art auch Expansionsstrategie. Er kann damit wirtschaftlich erfolgreich sein. Und deswegen hat er immer weiter Kinder produziert. Und jetzt hat er aber eben das Problem und seine Kinder können auch nicht zur Schule gehen. Das ist ihm auch irgendwie aufgefallen, dass das irgendwie nicht so pralle ist. Die arbeiten nämlich alle mit. Er sagt hier an einer Stelle in dem Artikel, dass er dafür gesorgt hat, dass jedes Kind eine Hacke kriegt und jedes Familienmitglied überhaupt eine Hacke kriegt und dann auf den Feldern mit. So. Jetzt kommt er aber sozusagen an die Grenzen und das Ganze haut nicht mehr hin, das ganze Konzept. Und er ruft jetzt sozusagen um Hilfe und bittet irgendwie darum, irgendwie noch weitere Unterkünfte zu kriegen. Und rät an andere in Uganda, vielleicht auch in der Welt insgesamt, sein Rat ist, nicht mehr als vier Frauen zu heiraten. Also kann man mal ernst nehmen, diesen Rat. Aber ich wollte das Ganze jetzt hier zum Anlass nehmen, diese Geschichte mal bei euch nachzufragen. Es gibt ja das weit verbreitete, sage ich mal Klischee, in Afrika werden zu viele Kinder gemacht. Was hat der Tönnies noch gesagt dazu? Der Wurstfabrikant, wenn dort das Licht ausfällt, dann werden da gleich wieder neue Babys gezeugt. Und ja, die Sache kann nur schief gehen, weil die Bevölkerung sich dort innerhalb der nächsten weiß nicht wie viele Jahre dann auch noch verdoppeln wird und so weiter und so fort. Wie steht ihr jetzt, ohne dass ich jetzt, ich komme gleich noch auf ein paar Punkte, ohne dass ich jetzt die schon vorweg geben will. Wie steht ihr zu diesem Thema, sei es jetzt hier der Mann mit den 102 Kindern oder das daraus, sage ich mal, abgeleitete Problem, Problem in Anführungsstrichen, ist die Frage, ist es ein Problem der wachsenden Bevölkerung in Afrika, vielleicht nicht nur in Afrika, vielleicht generell, aber jetzt sind wir hier in Afrika. Ich glaube, ich kann das jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber meine Vermutung wäre, dass es dieses vermeintliche Demografie-Problem in Afrika gar nicht gibt. Weil zu der Wahrheit gehört ja auch, dass sie im Durchschnitt sehr viel kürzere Lebenserwartungen haben, soweit ich das weiß. Da ist die Lebenserwartung auf jeden Fall deutlich geringer als in anderen, was weiß ich, in Europa und vielleicht ist das auch gar nicht so, dass das da irgendwie alles aus den Fugen gerät. Ich habe irgend so ein, es gab doch jetzt irgend so eine Prognose vor ein paar Monaten mit der Weltbevölkerung, dass wir noch irgendwie so auf 12, 13 Milliarden anwachsen werden und dass es dann aber irgendwie rückläufig sogar werden wird. Ich habe sogar nur 10 in Erinnerung, aber auf jeden Fall der Punkt ist ja, es wird dann auf und geht wieder gut. Natürlich, in Afrika wird die Bevölkerung noch steigen, aber auch Indien, China und so weiter, da haben wir ja auch vielleicht nicht so viele Kinder pro Kopf, aber einfach sehr viel Potenzial. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob das so der Fall ist, dass das da aus allen Nähten Platz und letzten Endes, wie viele Kinder jemand hat, ist mir auch egal. Also ich stelle mir das sau anstrengend vor, zwölf Frauen bei Laune zu halten, man hat schon mit einer oft ziemlich alle Hände voll zu tun, damit meine ich jetzt nicht Sex, sondern einfach so, aber vielleicht keine Ahnung. Und dann 102 Kinder mag ich auch nicht unbedingt tauschen, aber... Mir fällt übrigens bei der Gelegenheit auf, dass du mit deinen vier Kindern ziemlich nah am Durchschnitt in Uganda bist, da werden viereinhalb Kinder pro... Zum Glück sagst du mit deinen vier Kindern und nicht mit deinen vier Frauen. Nein, nein, pro Frau auch, ja, also... Ja, ich habe nur einen, zum Glück. Ja, ja. Aber, ja. Ich würde so den gepflegten Herrenwitz versuchen, ein bisschen zu umschiffen. Und ja, ich bin tatsächlich eher, was mich eher so ein bisschen erschüttert an dem Bericht, also... Also ich finde zum Beispiel, in China ist das ganze Thema ja vor Jahren und Jahrzehnten versucht worden mit dieser staatlich verordneten Ein-Kind-Politik, dass quasi jedes Paar nur ein Kind haben darf, um eben ein dauerndes Wachstum der Bevölkerung zu verhindern, beziehungsweise um das auch wieder rückläufig zu gestalten. Was erstens gescheitert ist und ich B auch einfach einen unfassbaren Eingriff in die privaten Entscheidungen von Menschen halt finde, davon mal abgesehen. Was mich hier bei dem ganzen Artikel am Meer beschäftigt und was ich tatsächlich auch schwieriger finde, ist einfach die Tatsache, dass er halt auch sagte, dass seine Kinder, die Sohn hat zwei Kinder und die ganzen Enkel und wie die alle sind, da irgendwie auch keine Schulbildung und nichts haben, sondern schlicht und ergreifend nur irgendwas, ein Gartengerät oder irgendwas in die Hand gedrückt kriegen. Und dann da mitarbeiten müssen von ihrem, keine Ahnung, sechsten, siebten, zehnten Lebensjahr an. Und genau das ist ja eigentlich die Ursache von diesem ganzen Mist. Also versuchen einfach da Bildung reinzubringen und dann reguliert sich das in Anführungsstrichen von selbst, sag ich jetzt mal vorsichtig und kann dann vielleicht auch, dass man in der Lage ist, dann auch die Bevölkerung oder das alles auch selbst zu ernähren. Also und das finde ich eher den schwierigen Part jetzt dabei. Ich weiß nicht, ob du da noch drauf eingehst oder ob dann zu dem Thema noch was in dem Artikel kommt, aber das ist eher das, wo ich so ein bisschen hadere mit. Und ja, mit den vier Frauen und so, ja, alles schön und gut, aber das kann man jetzt auch so stehen, wie man will. Ich kenne jetzt auch da die, wie soll ich sagen, die Hintergründe nicht, warum das gesellschaftlich ein Vorteil ist. Also ob das jetzt eine völlig patriarchale Gesellschaft ist, wo die Frau nichts zu sagen hat oder ob es tatsächlich irgendwie eine Sinnhaftigkeit ist, weil vor hunderten von Jahren da die Männer immer in irgendwelche Kriege ziehen mussten und es schlicht und ergreifend nicht genug Männer für die ganzen Frauen gab und so weiter und so fort. Ich weiß es nicht. Das kann ja auch sein. Aber dieses Argument mit 102 Kindern auf dem Acker, finde ich, das trägt wirklich nicht da. Vielleicht dann lieber fünf Kinder und einen Traktor oder so. Ja, oder fünf Kinder mit Schulbildung, wovon dann einer vielleicht Arzt wird und einer Lehrer und es dann weitergegeben werden kann. Also das wäre dann, oder eine ist jetzt geschlechtsneutral. Also das finde ich eher schlimm. Ja, speziell auf Uganda kann ich das jetzt bezogen, kann ich das jetzt nicht beantworten, wie das da gesehen wird. Hier ist, ich habe ja einen zweiten Artikel zur Ergänzung genommen, über den ich jetzt mit euch sprechen will. Die Demografie-Lüge heißt er aus der Taz. Da wird jedenfalls darauf hingewiesen, dass eben anders als in Europa, wo Kinder ja doch auch häufig eine Herausforderung, vielleicht sogar ein Problem sind, dass im afrikanischen Konsens Kinder als Bereicherung und Zukunftsinvestitionen und als Voraussetzung für Wohlstand gesehen werden und nicht als sozusagen Risiko für Selbigen. Aber das jetzt nur mal an das, was du gerade gesagt hast, kurz angeschlossen. Ich wollte euch mal ganz kurz fragen, was schätzt ihr denn, wie viele, also so in Prozent, wie viele der Einwohner Afrikas sind unter 19 Jahre? 50? 40. Auch so die Ecke, ja. Ihr seid nicht schlecht, der Prollo hat es schon direkt richtig gesagt, also hier in dem Artikel heißt es, die Hälfte der über eine Milliarde Einwohner in Afrikas ist unter 19. So, was bedeutet das jetzt? Ich meine, wir haben ja in Europa, ist ja immer das Stichwort alternde Bevölkerung, ja. Das heißt, die Jungen, die paar Jungen, die es noch gibt, die müssen die ziemlich vielen Alten irgendwie finanzieren. Und das ist ein ziemliches Problem, das kriegen wir jetzt ja schon mit. China hast du angesprochen, aber auch ein gutes Stichwort. In China ist es noch anders, aber durch die Ein-Kind-Politik werden die bald auch das Problem haben, dass sie verdammt viele Alte haben und viel zu wenig junge Menschen. Was sie in Japan ja schon haben. Aber in China, in Europa auch. Also in China ist ja tatsächlich diese Ein-Kind-Politik jetzt offiziell auch aufgehoben worden. Also das ist tatsächlich beendet worden. Sie haben es natürlich anders genannt, aber weil die Kommunistische Partei, also China ist, ich sage es jetzt mal, ist eine Diktatur, Punkt. Und da ist, die können natürlich nicht zugeben, dass sie Mist gebaut haben mit ihren staatlich angeordneten Programmen. Aber letzten Endes ist das natürlich gescheitert. Es ist gescheitert, genau. Und es ist so, und jetzt komme ich auf diesen Begriff, den ich einleitend am Anfang der Sendung sagte. Es ist so, dass, hier werden Fachleute zitiert indirekt in der Taz, sagen, die Chinesen haben damit mit dieser Ein-Kind-Politik die sogenannte demografische Dividende verspielt, die ein Land haben kann. Was ist damit gemeint mit demografische Dividende? Damit ist ein Zeitfenster gemeint, in dem, ich zitiere das mal hier, noch nicht sehr viele, in dem es noch nicht sehr viele Alte gibt. Ja, das ist ja dann anfangs vielleicht so gewesen bei den Chinesen noch. Aber bereits mehr Kinder als früher das Erwachsenenalter erreichen und daher der Anteil der Arbeitsfähigen an der Gesamtbevölkerung eine Generation lang ungewöhnlich hoch ist. Also das Letzte ist das Entscheidende. Der Anteil der arbeitsfähigen Bevölkerung ist eine Generation lang besonders hoch. So, das ist ja bei uns schon eben nicht mehr der Fall. Das ist etwas, was hier hervorgehoben wird. So, und jetzt wird hier, und das ist natürlich eine Sache, die man diskutieren kann. Das ist nicht der Weisheit letzter Schluss, was hier die Taz schreibt. Aber ich möchte das mal so in die Runde werfen. Jetzt sagen die hier, dass sozusagen Afrika, dass China künftig der nächsten 50 Jahre werden könnte. Sprich, während China immer älter wird und auch dann einen geringeren Anteil an jüngeren Arbeitskräften hat, könnte Afrika die Werkbank der Welt werden. Weil sie so eine junge Bevölkerung haben, die eben Arbeitskraft darstellen letztlich. Und es ist ja mittlerweile, wir liegen ja in globalisierten Märkten. Es geht ja jetzt bei allem, was wir kaufen, das ist auch irgendwo auf irgendeinem Weg mal in China vorbeigelaufen, so ungefähr. Ja, ist jetzt ein bisschen übertrieben. Das heißt, es geht natürlich jetzt nicht darum, dass es nur in Afrika ein sozusagen abgeschlossener Markt ist, sondern dass möglicherweise es so kommt, dass wir viele Produkte eben in, oder zumindest Teile der Produkte in Afrika künftig produziert werden sehen. Und Afrika sozusagen von dieser hohen Anzahl junger Menschen, vor der wir in Europa so Angst haben, auch in Bezug auf Flüchtlinge, ja, dass Afrika davon profitieren wird. Was haltet ihr von diesem, das ist ja so ein bisschen so eine Art Zukunftsszenario. Was haltet ihr davon? Ich habe jetzt den Artikel, der tatsächlich gelesen, aber ich finde es jetzt erstmal ein bisschen sportlich, Afrika und China in einen Topf zu werfen. Und Afrika ist ein Kontinent mit sehr vielen Staaten, die sehr unterschiedliche politische Rahmenbedingungen haben. Also von, also das ist ja nun echt normal. China ist quasi ein Land, wo natürlich auch Minderheiten unterdrückt werden, etc., etc. Aber das ist, also Afrika ist nochmal eine andere Nummer. Und ich finde es halt generell schwierig, wenn Länder da, also ja, wenn man, wenn die nicht in der Lage sind, ihre Bevölkerung zu ernähren. Also das ist das Beispiel von den 102 Kindern. Also das ist ja schon eine Herausforderung, 102 Kinder zu ernähren. Und da sonst wie Enkelkinder, ich hatte am Anfang noch den Witz auf den Lippen, was macht denn der an Weihnachten? Aber das ist jetzt geschenkt, aber wie gesagt, ich finde es sehr schwierig, da jetzt irgendwie so einen Ansatz. Ja, aber wie war es früher in China? Das ist, ich meine, das hat ja auch einen Grund gegeben irgendwann für die Ein-Kind-Politik. Ja, aber keinen guten. Also die haben halt einfach das, also China, das ist ja nichts Gutes. Nee, natürlich nicht. Aber ich will damit, ich will damit nur sagen, bloß weil, gut, Afrika ist ein Kontinent, du hast recht. Und das ist sowieso etwas, was immer vergessen wird. Das ist nicht ein Land, das ist ein Kontinent in vielen verschiedenen Ländern. Und es gibt sicherlich auch schon wegen klimatischer Unterschiede da unterschiedlich gute Chancen für das eine und das andere Land und so weiter und so fort. Da gebe ich dir absolut recht. Aber bloß weil Afrika jetzt noch nicht an dem Punkt ist, wo sie in jedem Land ihre Familien komplett selbst versorgen können, heißt es ja nicht, dass das auch in 50 Jahren so ist. Ja, das ist ja die Frage, ob nicht die Entwicklung dahin gehen könnte, dass Afrika, weil es so eine wirklich große Masse an jungen, arbeitsfähigen Menschen hat und in Europa und überhaupt auch in Amerika überall, werden Menschen als Arbeitskräfte gebraucht. Und das ist, wie gesagt, nicht in dem Sinne gemeint, dass die alle hierher kommen müssen. Wir leben in einer globalisierten Welt. Das heißt, wenn man Arbeitskräfte braucht, dann können die auch in Afrika sitzen, in China sitzen oder sonst wo. Aber das ist doch dann wieder ein Thema der Infrastruktur, die müssen ja irgendwas machen. Ja, richtig, das muss aufgebaut werden. Da geht dann ein Unternehmen hin und investiert und baut dann eine Fabrik. Aber das ist ja schon so ein bisschen, also, wie soll ich das jetzt formulieren, das, also so wie es jetzt formuliert wurde, ich habe den tatsächlich noch nicht gelesen, ist das für mich so eine Art Form des Neokolonialismus oder nenn es wie du willst. Also im Prinzip, also die Afrikaner sind ja die Werkbank für Europa, damit es uns hier gut geht. Also das kann es ja nur alles sein. Ja, nee, nicht, damit es uns nur gut geht. Es geht ja, wie gesagt, um die demografische Dividende. Die Dividende sind ja dann die in Afrika, die sie selbst einstreichen. Also es geht ja darum, dass Afrika selber dann auch Wohlstand bekäme. Ja, aber wenn sie schlecht oder gar nicht ausgebildet sind, wie jetzt da der, wenn ich da wieder bei dem Herren, dem ursprünglichen Artikel mit seinen 102 Kindern, die alle keine Ausbildung haben, sondern die in Anführungsstrichen einfach nur am Feld arbeiten können. Das, damit kannst du keinen Wohlstand dir in dem Sinne erarbeiten. Also das sehe ich jetzt irgendwie da so ein bisschen kritisch. Das heißt, du musst im Prinzip eine gut ausgebildete Bevölkerung haben. Wenn die jung ist, dann hast du Potenzial. Ja, die Frage ist ja, wer dann die Rendite tatsächlich einstreicht. Wenn das internationale Konzerne sind, bleibt das Geld nicht da. Also ich habe jetzt gerade einen ganz interessanten, Entschuldigung, Ben, ich habe einen ganz interessanten kurzen Einspieler gesehen. Ich weiß gar nicht wo, wo irgendein deutscher Vertreter irgendwo in einem afrikanischen Land in einem Hörsaal stand und gefragt hat, wer von den Studenten sich denn vorstellen könnte, nach Deutschland zu kommen, um dort zu arbeiten. Der Hörsaal war voll mit Afrika, also mit, ich weiß nicht welches Land es war, aber jedenfalls ein afrikanisches Land. Und da hat keiner aufgezeigt. Da hat keiner aufgezeigt. Also ich will damit nur sagen, man kann jetzt auch nicht davon ausgehen, dass in Afrika jetzt nur, wie jetzt hier in dem Beispiel von den Menschen aus Uganda, nur Menschen leben, die nur mit der Hacke in der Hand unterwegs sind. Und wie du schon sagtest, es gibt ja ganz, es ist ja sehr heterogen, es gibt ja diese ganz unterschiedliche Länder. Abgesehen davon bezweifle ich, dass viele Produkte wirkliche Fachkräfte bedürfen. Ich glaube nicht, dass in China die Leute, die da in irgendwelchen Fabriken sitzen, alle... Es geht ja darum, wer die Fäden zieht. Also wenn da jetzt einer hingeht und sagt, ich stelle jetzt hier mal... Also in China, da hast du halt tatsächlich diesen Zentralstaat und ein Einparteiensystem, was sozusagen alle Fäden irgendwo versucht in der Hand zu halten. Natürlich verdienen da auch ausländische Firmen kräftig mit und nutzen das, aber das ist sozusagen nicht an dem Staat vorbei, will ich mal sagen. Und auch in China gibt es viel Armut. Also die meisten Chinesen, die haben nichts davon, von dem Krempel, den sie produzieren. Also da ist die kommunistische Partei und die ganzen Handlanger dieser Partei, die verdienen da. Und das ist ja ein durch und durch, wie soll ich sagen, verachtenswertes System. Und also das finde ich, also ich, wie gesagt, ich habe, also das finde ich ja schwierig. Und wo du zitierst, wenn da aus irgendeinem Hörsaal in irgendeinem afrikanischen Staat, wenn die nicht nach Deutschland wollen, naja, da kann ich einen guten Grund nennen. Also weil Deutschland eigentlich auch alles dafür tut, dass es nicht attraktiv ist für ausländische Arbeitnehmer, die gut und hoch ausgebildet sind. Das ist der wesentliche Punkt. Das Klischee ist doch, dass die alle hierher wollen, weil es denen in Afrika zu schlecht geht. Aber da ist es offensichtlich nicht überall der Fall. Das wollte ich damit sagen. Ja, das mag sein. Aber ich meine, die, die hierher kommen, die ihr Leben riskieren, wenn du an so einem Punkt bist, wo du sagst, mir ist alles egal. Und wenn ich unterwegs im Mittelmeer saufe, dann ist es auch noch so, alles ist besser als das, was ich zu Hause habe. Also das kannst du, glaube ich, hier nicht vergleichen. Das sind, glaube ich, auch nicht dieselben, die da in dem Hörsaal saßen. Das ist halt dieses Gefälle. Also die Frage, welcher Anteil, ich sag mal, in welchen afrikanischen Ländern auch immer, hat irgendwie eine Perspektive. Ja, und wo ist vielleicht dann auch in einem ganzen Land die Perspektive so mies, das hilft dann auch Investition vielleicht nicht mehr. Weil dann nähen sie halt irgendwie T-Shirts und Fußballschuhe. Ja, das ist ja jetzt kein, weiß ich nicht, Faktor eines prosperierenden Landes. Ja, gut. Also wir werden das nicht auflösen können. Ich glaube aber, dass es gerade, weil der Bief recht hat, dass es sehr unterschiedliche Länder in Afrika gibt, dass ich glaube, dass es Länder gibt, die, wie der Ben sagt, die Fäden auch geschickt in der Hand halten können. Und vielleicht tatsächlich aus dieser, sag ich mal, demografischen Situation, Vorteile für sich werden, ja, schlagen können in den nächsten Jahrzehnten. Wir werden es sehen. Es ist eine interessante Diskussion. Abschließend eine Sache noch, was ich auch nochmal ganz interessant fand. Es wird ja immer wirklich sehr auch negativ über diese Bevölkerungsentwicklung in Afrika gesprochen. Ein kurzer Hinweis aus dem Artikel zumindest, da heißt es, dass die Bevölkerungsdichte in Afrika mit durchschnittlich 44 pro Quadratkilometer immer noch erheblich unter der Bevölkerungsdichte in der EU liegt. Aber ganz nett vergleichen, also Afrika ist ein Land mit einer riesigen Wüste und mit wiederum sehr unterschiedlichen Ländern, mit sehr unterschiedlicher Struktur. Das funktioniert nicht. Aber ich wollte auch nochmal eine Zahl, nämlich meinen eigenen Faktencheck hier einstreuen. Ich habe ja eben behauptet, dass hier mit der Lebenserwartung und so weiter da ein großer Unterschied besteht. Und ich hatte recht. Also hätte ich mir jetzt schon auch erhofft, dass das so ist. Aber ich wollte es jetzt einfach nochmal wissen und habe auf der Webseite des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung folgende Aussagen gefunden. Gegenwärtig können Kinder, die in Nordamerika, Europa oder Australien geboren werden, mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von 78 bis 79 Jahren rechnen. In Lateinamerika und Asien liegen diese Werte mit 75 beziehungsweise 73 Jahren nicht wesentlich geringer. Und jetzt schätzt mal, wie die aktuelle Lebenserwartung von Kindern in Afrika ist. Ist das jetzt auch Afrika als Ganzes, ja? Ja, das ist jetzt auch Afrika als Kontinent, immer auf Kontinentebene im Durchschnitt. 63. Ja, schließe ich mich an. Drunter. Nee, 63 ist leider Beef. Das war super jetzt. Also das habe ich nicht gewusst. Also das sind mal 15 Jahre weniger als in Europa und Nordamerika. Das meinte ich eben damit. Also es gibt sehr viele junge Leute, aber die haben auch eine extrem krasse, krass hohe Sterblichkeit, Kindersterblichkeit, Säuglingssterblichkeit, Hunger. Also da verhungern auch nach wie vor viele Leute Infektionskrankheiten, Aids, Tuberkulose, Malaria. Und auch ganz viel, ich meine, wird jetzt nur auch ganz aktuell der russische Krieg gegen die Ukraine etc. berichtet. Aber es gibt auf dem afrikanischen Kontinent dauernd Kriege. Das ist halt so, da gibt es aktuell auch, also gefühlt Eritrea und Äthiopien schlagen sich seit, keine Ahnung, 20 Jahren auf die Köppe. Das zum einen und der Krieg hat auch noch andere Auswirkungen, haben wir ja auch schon mal besprochen. Die beziehen einen sehr großen Teil ihrer Getreidelieferungen aus der Ukraine. Ja, genau dazu. Und die sind natürlich jetzt auch, oder waren zumindest sehr lange blockiert. Ich weiß ehrlich gesagt gerade, es gab ja immer diese Geschichten mit den Schiffen, die die Russen nicht haben auslaufen lassen und so weiter. Und das hat mit Sicherheit auch noch mal ganz viel da kaputt gemacht. Ja, ich finde das, wie gesagt, sehr, sehr schwierig. Also das ist ganz, also ein hochkomplexes Thema und da mischen so viele Faktoren mit rein. Definitiv auch, was du angesprochen hast, politische Stabilität in so einem Land, Korruption, das ist super wichtig. Gibt es ja viel und es gibt ja auch viele Länder, wo es ja funktioniert. Also und gibt es ja auch, mein Südafrika ist vielleicht das bekannteste Beispiel, wo auch so eine Art Transformierung stattgefunden hat in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Von einem Apartheidstaat zu einem, naja, also ist immer noch. Das Thema Korruption kommt da ja aktuell auch wieder sehr hoch. Genau, aber immerhin, also da hat es ja auch positive Bewegungen. Es gibt ja auch Länder, die durchaus wohlhabend sind auf dem afrikanischen Kontinent. Es gab die ganzen Revolutionen auch im Norden von Afrika. Also es ist ja schon auch, aber wie gesagt, es sind trotzdem schwierig. Ja, aber ich muss auch sagen, beim Thema Korruption, da schrillen bei mir auch die Alarmglocken. Echt schon? Ups. Ja, schon zehn Minuten drüber, meine Lieben. Und ich hoffe, es lag nicht am Big Lebowski. Das war das. Das war das. Was hat dich denn noch angeteasert jetzt? Ich hatte noch irgendwas gesagt mit... Du kannst gerne deine letzte Geschichte auch als Quickie an meiner Stelle machen, weil ich habe da jetzt... Ich hätte was, aber ich muss den jetzt nicht loswerden. Ich hätte was mit Fußball für euch. Mit Fußball? Du? Ich? Ja, erzähl doch mal, was hast du denn mit Fußball hier? Ja, ich sag mal so. Die Bayern waren fußballmäßig in Mönchengladbach unterwegs und nach dem Spiel bildete sich auf der A52 auf dem Heimweg ein Stau aufgrund eines Unfalls. Und, Zeugen berichten, auch eine sehr vorbildliche Rettungsgasse in diesem Stau. Ja, könnt ihr euch vorstellen, was passierte? Ja, das weiß ich sogar. Ach, das habe ich gelesen. Der Bayern-Bus ist hinterhergefahren. Der Bayern-Bus ist nicht hinterhergefahren. Die Rettungsgasse wurde für den Bayern-Bus... Oder so. Sie haben den doch sogar eskortiert, ne? Genau, der Bayern-Bus wurde eskortiert, angeblich unter Ignorieren des Einsatzleiters, der das natürlich untersagt hatte. Und jetzt müssen die Polizisten mal gucken. Ordnungswidrigkeit für Polizisten, Busfahrer von insgesamt zwei Bussen. Und vor oder nach dem Spiel? Nach dem Spiel. Vor dem Spiel hätte man ja sagen können, komm, wir müssen pünktlich da sein. Es bestand ausdrücklich kein Zeitdruck. Auf dem Weg zum Mönchengladbacher Flughafen. Privatjet wartet halt. Aber da kriege ich doch eine super Überleitung von diesem mir san mir bis zum gottgegebenen Recht. Was siehst du? Also es geht hier um eine kanadische Rechtsprechung. Wir hatten ja neulich, die Kanadier sind ja, was die Rechtsprechung angeht, sehr progressiv. Wir haben ja auch schon das Thema Rechtsprechung im Weltall, haben da schon vorgesorgt. Also das hattest du ja neulich, Summer. Habt ihr eine Idee, was jetzt in einem kanadischen Gerichtssaal, was da als gottgegebenes Recht definiert wurde von dem Richter Dennis Galisatzos? Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Er hat das auch 26 Seiten lang begründet. Als gottgegebenes Recht? Fernsehzugucken. Nein. Es ist eher so, es entwickelte sich aus einem Nachbarschaftsstreit. Also das war die Ursache. Ein Nachbarschaftsstreit. Seinen Nachbarn abzuknallen. Was? Seinen Nachbarn abzuknallen, wenn er aufs Grundstück kommt. Das ist Kanada, nicht USA. Erschießen ist nur in den USA, ein gottgegebenes Recht. Das darfst du da sofort. Ja, grillen. Grillen, auch gut. Barbecue. Irgendeine Idee? Sonst löse ich es auf, den Mittelfinger zu zeigen. Das ist ja in dem Fall. Also der Hintergrund ist, dass tatsächlich in einem Rahmen eines Nachbarschaftsstreits hat einer der Nachbarn dem anderen quasi mit beiden Händen den Mittelfinger gezeigt. Und dagegen hat sich dann der, dem die Mittelfinger gezeigt wurden, gewehrt und hat dann quasi vor Gericht gezogen, weil er sich beleidigt fühlte. Und in dem Fall, das spielte sich in Montreal ab. Und der Richter hat dann, ich zitiere ihn mal, Zitat, um absolut eindeutig zu sein, es ist keine Straftat, jemandem den Mittelfinger zu zeigen, sondern, und dann, es sei ein gottgegebenes in der Verfassung verankertes Recht, das jedem heißblütigen Kanadier zusteht. Heißblütig. Heißblütig. Das ist alles Zitat. Also für den Kanadier ist der Mittelfinger ja sowas wie für den, da drunter die Halbautomatik. Genau, genau. Das ist dann so weiter südlich, direkt Halbautomatik irgendwie. Genau. Er sagt auch weiterhin, wie gesagt, er hat das 26 Seiten lang begründet. Finde ich total geil. Also da hat sich auch wirklich mal Gedanken gemacht. Die Geste sei vielleicht nicht zivilisiert, nicht höflich, noch nicht mal sehr Gentleman-like. Aber doch wachse aus ihr keine Kriminalität. Und er sei versucht, der Richter, er sei versucht, die Klage nicht nur abzuweisen, sondern direkt aus dem Fenster zu schmeißen. Ja. Und jetzt Zitat, aber die Gerichtssäle in Montreal haben leider keine Fenster, hat er dann noch als abschließend gesagt. Und wie gesagt, der Fall ist tatsächlich zwischen zwei Nachbarn, die sich wohl schon länger gestritten haben und der eine fühlte sich quasi durch den doppelten Fingerzeig quasi bedroht. Und laut Gerichtsakte war der, der sich bedroht fühlte durch die Mittelfinger. Allerdings vorher auch schon hat er seinen Nachbarn verbal attackiert und hat auch ein Werkzeug in drohender Art erhoben. Also wirklich so ein richtig schöner Marschendrahtzank. Und der bedrohte, also der quasi, der hat darauf seine beiden Mittelfinger gezeigt und ist weitergegangen. Großartig. Gott gegeben ist recht. Das ist eine schöne Geschichte. Richtig, ich frage mich jetzt gerade bei der Gelegenheit, wisst ihr denn, wie ist das in Deutschland mit dem Mittelfinger? Wisst ihr das? Ist das eine Beleidigung? Im Straßenverkehr, ja. Im Straßenverkehr? Ja, habe ich letztens noch gelesen. Da gibt es Bußgeld für. Okay. Deswegen fand ich das spannend. Da futscht er ja schon mal raus. Aber so als Nachbar wissen wir das nicht. Wahrscheinlich ist es dann auch. Du musst halt ein heißblütiger Kanadier sein. Kanadier sein. Dann kannst du hier ganze Siedlungen flaschen mit deinen beiden Mittelfinger. Also vielleicht kannst du ja doppelte Staatsbürgerschaft beantragen oder sowas. Sehr schöne Geschichte. Einmal hier durch die Siedlung streifen. Aber dann wollte ich die Steilvorlage auch nochmal aufnehmen von wegen gottgegebenes Recht. Was glaubt ihr denn, was das gottgegebene Recht in der Schweiz sein könnte? Das ist auch so eine ganz geile Geschichte, die ich jetzt hier... Das gottgegebene Recht in der Schweiz. In eine Schlucht zu scheißen. Ja, das so nennen wir ja gerne die Österreicher eigentlich. Schlucht und Scheiße. Aber nein, das ist kein... Vielleicht aber... Skifahren. Ja, wofür ist denn die Schweiz noch bekannt? Schweizer Symbole auf seine Turblerone zu drucken. Ja, und... Käse zum Bahnhof zu räumen. Käse, genau. Nimm mal Käse und Schokolade. Woraus wird die hergestellt? Milch. 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 Und wo kommt die Milch her? Aus der Supermarkt. Aus der Kuh? Aus der Kuh. Genau. Und man könnte jetzt sagen, in der Schweiz spezifisch in St. Gallen ist es ein gottgegebenes Recht, mit seiner Kuh in einem Zug zu fahren. Eisenbahn zu fahren. Das haben hier ein paar junge Schweizer gemacht und sind mit ihrer Kuh in den Regionalzug eingestiegen. Hier ist das Foto, Jungbauern bringen Kuh per Zug nach Hause. So. Total geile Geschichte. Da war irgendwo in St. Gallen eine Landwirtschaftsmesse, konkret in der Nähe von St. Fieden. Das ist eine Haltestelle da wohl in der Gegend. Und dann stiegen ein paar junge Männer ein und haben ihre Kuh in die Bahn mitgenommen. Wir haben mal blöd gefragt, wie kriegt man denn die Kuh in die Bahn? Also in die deutsche Bahn würden wir die Kuh nicht reinkriegen. Ja, wir haben bestimmt hier im Fahrstuhl runtergefahren. Hast du mal gesehen, wie groß so eine Kuh ist? Und die sind im Klettern nicht besonders gut. Na gut, da gibt es ja diese Niederflurbahnen. Ja, das war auch mal. Wenn der Bahnsteig eben ist, also der Einstieg eben ist, dann mag das gehen. Hatte die Kuh ein Ticket oder zählt die als Gefährdung? Ich wollte gerade sagen. Ja, wahrscheinlich so ein Hundeticket. Oder ein Fahrrad. Für Hunde kannst du so ein Ticket zählen. Wenn sie angeleint sind, kosten die, glaube ich, sogar gar nichts. Hunde sind, glaube ich, sogar inzwischen frei in der Mitnahme. Also, müsste jetzt lügen, aber vielleicht hat es noch die Größe des Hundes. Vielleicht gibt es jetzt nicht demnächst das Deutschland-Hundeticket? Ich bin jetzt kein, ich bin jetzt so kein, wie soll ich sagen, Tierspezialist. Aber eine Kuh ist kein Hund, meine ich. Also, das ist ein Unterschied. Das ist ein ziemlich großer Hund. Und die haben die halt... Hast du gut? Ja, doch. Ich glaube nicht. Ich bin kein Fachmann. Ja, ja, könnte stimmen. Die haben die halt schön gestreichelt und hatten aber auch, weil die ja gerne mal so Fladen raushaut, hatten die Stroh dabei. Also, warum liegt hier das ganze Stroh rum? Ein Besen und ein Eimer. Ja, weiß Bescheid. Und waren mit der eben auf dieser Landwirtschaftsmesse. Das ist ja... Und da war das auch ausgestellt, das Rind. Und dann kam der Schaffner. Nee, da kam kein Schaffner. Das haben einfach nur Leute, das ist hier bei Twitter oder irgendwo kamst du... Ach so, das ist gar nicht vor Gericht gelandet. Ja, hier im Turbo. Kennt ihr den Schweizer Turbo? Der hat so eine ganz geile Schrift, Turbo mit TH geschrieben. Das ist so ein bisschen so 3D-mäßig. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Der ist wirklich ein geiler Zug. Das sieht so richtig, ich kann das gar nicht sagen, so psychedelisch fast aus. Und die haben den damit in den Turbo genommen. Ja. Geiles Ding, richtig, ganz moderner Zug. Also, bestimmt Niederflur. Das ist ja das, was ich... Kennt jemand Asterix bei den Schweizern, den Comic? Ja, natürlich. Das ist ja auch großartig. Da wird ja auch immer viel gewischelt und so. Also, das ist ja auch immer, dass immer alles so sauber gehalten wird. Also, wir werden ja ein paar Gischees auch verbraten, aber auf eine sehr charmante Weise. Aber ich finde das eine geile Geschichte, irgendwie die Kuh mit den Zug. Da musst du mir auch passen, dass du nicht an Füßen mit Gewichten in Jensersäge gebraucht hast. Ja, aber hier, guck mal, die haben sogar das Bahnunternehmen Turbo, haben sie gefragt. Und die haben sich aber recht entspannt gezeigt und sagten, man hoffe, dass wenigstens ein gültiges Billett, also ein Ticket vorhanden war, wie ein Sprecher des Unternehmens gegenüber FM1 Today mitteilte. Eine Anzeige muss der junge Tierwirt nicht befürchten. Wir werden Gnade vor Recht walten lassen und hoffen, dass der Paarhufer die Fahrt in unserem Ziel genießen konnte. Und auch die Polizei schließt sich an und sagt, die Stadtpolizei St. Gallen sei zwar informiert worden, wahrscheinlich von den Bahnunternehmen oder irgendjemandem, habe nach Absprache mit der SBB, der Schweizer Bundesbahn, allerdings nicht ausrücken müssen. Weil die halt sagten, okay, lass die Kuh fahren. Ich finde es cool. Ich finde es auch sehr witzig, ja. Das weiß aber eher Wiener, der Wiener schafft er. Ja, das muss dann ein letztes Wochenende sein. Ausdauerschaft. Gescheißen, Leute. Wir kennen auch noch übrigens so ein richtig schönes... Sorry, aber gescheißen ist so geil. Also wenn du das irgendwie... Gescheißen. Gescheißen. Also das haben die Österreicher uns echt voraus. Das ist doch, glaube ich, eine ziemliche Herabwürdigung, oder? Nein, aber die schlimmste... Schlimmer als gescheißen, das kannst du sagen... Schleich die. Schleich die. Ja, aber gescheißen ist gar nicht so ultraschlimm. Das ist so... Schon so, aber nicht so richtig. Das ist aber total geil. Gescheißen. Wir haben jetzt so viel rausgehauen, da können wir auch noch die Wiener Altstadtpoeten raushauen. Das ist ein Buch, das habe ich geschenkt bekommen. Dazu gibt es eine Instagram-Seite von einem Typen, der sammelt so Geschichten aus dem Wiener Leben. Das ist so geil teilweise. Also ich hätte das jetzt vorbereiten müssen. Die einzige, die mir einfällt auf Anhieb ist, sind so Szenen, die Leute dann irgendwo im Alltag festgestellt haben. Und so eine Kassiererin, die dann eine alte Dame an der Kasse stehen hat. Ob das jetzt eine Quatschkasse war, weiß man nicht. Aber die hatte dann Sekt und Schokolade. Und dann sagt die Dame, heute zwitschere ich mir mal einen rein und esse den ganzen Tag nur Schokolade. Und dann sagt sie, sie leben meinen Traum. Das sagt sie dazu. Sehr schön. Ein Träumchen. Ein Träumchen. Das bringe ich vielleicht nächstes Mal mit und zitiere aus den Wiener Altstadt-Poeten. Ja, wunderbar. Sehr gut. Alltags-Poeten, nicht Altstadt. Gut. Sehr schön. Dann haben wir es, glaube ich, im Sack. Ja. Ja. Geh mal scheißen. Geh mal scheißen. Geh mal scheißen. Scheißen. Gut. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis bald. Tschö. 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 Bis zum nächsten Mal.